Hi zusammen, heute geht es um das Samsung Galaxy Tab SX Lite von 2022. Nachdem ich immer wieder gerne Tablets teste, komme ich nicht drum herum, euch mal meine Meinung zum neuen Tab SX Lite mit euch zu teilen. Da sich jedoch, wie ihr in diesem Video auch feststellen werdet, die Unterschiede sehr in Grenzen halten, habe ich es mir jetzt nicht neu gekauft, sondern habe anhand der Recherche im Internet eben überlegt, was sind denn die Unterschiede und sind die größten Fauxpas des Vorgängers behoben worden. Lasst mich auch gerne in den Kommentaren wissen, was ihr zum neuen Galaxy Tab SX Lite denkt, ob es unnötig ist oder ob es vielleicht sogar ein gelungenes Upgrade ist. Viel Spaß beim Video. Kommen wir nun zu den Gemeinsamkeiten der beiden Tablets. Generell hat sich nämlich nicht viel verändert. Wir haben weiterhin die gleichen Displays, wir haben die gleichen Anschlüsse, die gleiche Konnektivität, also die gleichen Bluetooth- und Wi-Fi-Standards und auch das Aussehen und das Gehäuse sind soweit gleich geblieben. Außerdem ist die Kamera gleich geblieben und was außerdem gleich geblieben ist, das werdet ihr noch öfter sehen in diesem Video, sind der Arbeitsspeicher, das sind weiterhin 4 GB und der kleinste verfügbare internen Speicher mit 64 GB. Außerdem ist bei beiden Tablets weiterhin der Speicher via MicroSD erweiterbar, was ich mir auch bei allen künftigen Tablets von Samsung und auch bei anderen Herstellern eigentlich weiterhin so wünsche. Generell ist bei beiden Tablets aktuell die gleiche Android-Version vorhanden und zwar Android 12. Allerdings bekommt das Tab SX Lite von 2019 voraussichtlich nur 3 Jahre Android-Updates, das heißt Android 13 sollte noch kommen, danach sollte es aber keine neueren Android-Versionen mehr geben und wenn man dem bisher gut eingehaltenen Update-Versprechen von Samsung auch glauben darf, soll das Galaxy Tab SX Lite von 2022 sogar bis Android 16 Unterstützung bekommen, also ganze 4 Jahre. Das finde ich ist schon eine ganz schöne Hausnummer. Außerdem sind unterschiedliche SoCs verbaut, also unterschiedliche Chips und Prozessoren. Das führt zu einer Mehrleistung beim neuen Galaxy Tab SX Lite bei ungefähr 30 bis 40 Prozent, wenn ich so ein bisschen Benchmarks vergleiche. Links setze ich auch unten in die Videobeschreibung. Und die Akkulaufzeit sollte auch, da der neue Chip sparsam ist, etwa 1 bis 2 Stunden bei voller Ladung mehr sein, also dementsprechend Display-On-Time. Konkret handelt es sich beim alten Tab SX Lite um einen Samsung Exynos 9611 aus dem Jahr 2019, der ist im 10-Nanometer-Verfahren gebaut worden und hat eine 8 Watt-TDP, also maximale Verlustleistung. Und im neuen Tab SX Lite, also im 22er, ist ein Qualcomm Snapdragon 720G verbaut. Der Chip ist von 2020, also etwas neuer, ist im 8-Nanometer-Verfahren gefertigt und ist auch etwas sparsamer mit 5 Watt Verlustleistung bei mehr Performance. Also wie ich schon gesagt habe, der alte Chip ist etwas langsamer, der neuere davon kann man ausgehen, dass er etwa 30 bis 40 Prozent mehr Performance hat, was aber in meinen Augen nicht so ein großer Sprung ist. Dazu komme ich aber gleich noch. In diesem Vergleich möchte ich aber auch nochmal das Tab S7 FE, das nicht mehr allzu weit weg vom Preis ist mit einwerfen, das nutze ich aktuell. Und da ist die CPU-Leistung ungefähr 70 Prozent stärker und die Grafikleistung sogar ganze 100 Prozent schneller gegenüber dem neuen 2022er Tab SX Lite. Und das zeigt, dass der Chip zwar gut ist, aber noch weit weg ist von einer wirklich recht starken CPU. Dementsprechend würde ich auch sagen, dass das nicht unbedingt der große Upgrade-Grund ist, also vom 2019er zum 2022er, weil der Sprung ist vielleicht spürbar, aber vielleicht auch nicht. In meinen letzten Videos über das Tab S6 Lite von 2019 habe ich auch einiges an Kritik in den Raum geworfen. Jetzt möchte ich mich nochmal anschauen, wurde denn auf die Kritik gehört und wurden die in meinen Augen wichtigsten Punkte auch behoben mit dem neuen Gerät. Hier war mein größter Kritikpunkt, dass das alte Tab S6 Lite nur 4 GB Arbeitsspeicher hatte, was prinzipiell für die alltäglichen Aufgaben reicht. Aber manche professionellere Anwendungen wollen mehr, zum Beispiel mindestens 6 GB Arbeitsspeicher. Und wenn man auch im Multitasking das Tablet betreibt, also mehrere Fenster gleichzeitig offen hat, dann zwischen verschiedenen Fenstern wechselt, kann es durchaus mal zurückkommen. Und das könnte mit mehr Arbeitsspeicher einfach behoben werden. Und hier hat Samsung den Fehler nicht behoben, dementsprechend schon mal einen Daumen runter fürs Upgrade. Ein weiterer Kritikpunkt, der auch viel aus der Community kam, war, dass er doch eher ein unterer Mittelklasse-Chip verbaut worden ist, der einfach nicht so viel Leistung hergibt, auch speziell in Sachen Gaming zum Beispiel. Hier wurde zwar ein leistungsfähigerer Chip verbaut, aber ich würde sagen, den großen Unterschied, so dass jetzt Spiele maßgeblich flüssiger laufen, den solltet ihr trotzdem nicht feststellen, dementsprechend gibt es hier auch nur ein, naja, ist nice to have, aber es wird jetzt nicht viel reißen, der neue Chip. Ein Kritikpunkt, der mir persönlich auch im Herzen lag, war, dass nur ein USB 2.0 Anschluss verbaut wurde, der keine Monitors ansteuern kann. Und ich selbst hänge ab und zu mein Tab S7 FE an meinen Monitor, an dem auch eine Tastatur und eine Maus hängt und ich ihn dann quasi wie ein PC bedienen kann. Und das kann das neue Tab S6 Lite immer noch nicht. Also da finde ich es echt schade, dass Samsung nicht nachgebessert hat. Denn ich kann mir vorstellen, wenn man in der Schule zum Beispiel ein Referat über PowerPoint auf dem Tablet erstellt, dann könnte man halt wunderschön mit einem USB-C-Kabel das auch gleich an einem Monitor, an einem Beamer anschließen. Und das bleibt einem halt verwehrt. Und das hätte Samsung ruhig fixen können, finde ich. Weiterhin, und das ist noch ein Luxus-Kritikpunkt gewesen, befindet sich im Tablet weiterhin nur ein 60Hz LCD-Display. Hier hätte es entweder ein OLED sein können oder ein Display mit 120Hz. Aber ganz ehrlich, in dem Preisbereich kann man drüber hinwegsehen. Aber natürlich hat sich da auch beim neuen Gerät nichts geändert. Also alles in allem die markanten Kritikpunkte, die ich am Tab S6 Lite hatte, wurden alle nicht behoben. Und was ich dazu denke, das erfahrt ihr jetzt in meinem Fazit. Fazit. Das alte Tab S6 Lite war ein Tablet, bei dem man teilweise schon für 300 Euro und weniger einen Stift mitbekommen hat. Und es war schnell genug fürs Videoschauen, für einfache Spiele, fürs Schreiben auf dem Tablet und fürs Webbrowsen. Also war eigentlich immer ein rundum gutes Gesamtpaket. Das neue Tab S6 Lite will das alte ersetzen und kostet dabei jetzt Stand Mitte Juni 2022 70 Euro mehr als ein Vorgänger. Also konkret habe ich die Preise rausgesucht, dass das 2020er Modell, also das alte, 312 Euro auf Amazon kostet. Das war auch mit einer der günstigsten Vergleiche, wenn man Preissuchmaschinen anschmeißt. Und das neue Modell kostet 379 Euro. Dafür bekommt man etwas mehr Leistung und drei Jahre längere Updates. Ohne Frage ist das neue Tab S6 Lite besser als das alte. Trotzdem tue ich mich schwer, es irgendjemandem zu empfehlen. Das kommt einfach daher, dass der Preisunterschied von 70 Euro für mich nur schwer längere Updates und einen etwas leistungsstärkeren Prozessor rechtfertigt. Ich meine, wenn wir überlegen, das neue S6 Lite kostet einfach mal 380 Euro und für 40 Euro mehr, zu dem Stand, wo ich jetzt die Preise reagiert habe, würde man schon ein deutlich leistungsfähigeres und größeres Tab S7 FE bekommen. Also für mich wäre da die Antwort ganz klar, ich würde 40 Euro drauflegen und das Tab S7 FE nehmen. Wenn jetzt wiederum das neue Tab S6 Lite, das ist jetzt erst neu rausgekommen, noch im Preis fällt und dann auch in Preisregionen unter 350 Euro fällt, dann kann man allerdings durchaus drüber nachdenken, denn ich finde halt vor allem die 3 Jahre längeren Updates relevant, denn eure Android-Versionen bringen in der Regel auch neue Features und die möchte ich halt persönlich nicht verpassen und außerdem bekommt man längere Sicherheitsupdates. Das bisschen mehr Leistung ist bestimmt auch ganz nett, hätte ich jetzt aber gar nicht vermisst am Tab S6 Lite. So, nochmal Anmerkung aus dem Schnitt. Ich habe jetzt gerade nochmal die Preise recherchiert und jetzt sind tatsächlich die Preise schon unter 350 Euro gefallen, dementsprechend kann man das Tab S6 Lite 2022 durchaus in Erwägung ziehen. Natürlich ist das Tab S6 Lite von 2020 auch im Preis gefallen, aber jetzt finde ich das neue Gerät schon deutlich attraktiver und man muss wirklich abwägen, ob man sich die 50 Euro noch sparen möchte oder ob man dann doch die Goodies vom besseren Gerät mitnimmt. Was denkt ihr darüber? Wärt ihr aktuell interessiert am Tab S6 Lite von 2022 oder würdet ihr lieber den günstigeren Vorgänger kaufen oder vielleicht sogar ein komplett anderes Tablet? Ich weiß, ganz verrückte Idee. Lasst es mich in den Kommentaren wissen und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin, ciao!